so hallo und grüß gott zu diesem zweiten teil wo wir uns heute noch mal den hr co-pilot anschauen wollen und diesmal ein anderes thema ja wieder kurze agenda also erst mal einen kurzen intro überblick dann schauen wir uns heute den zweiten teil mit dem urlaub an und dann schauen wir was man im nächsten teil machen gut also wie beim letzten mal hier ist unsere app das ist eine power app und im letzten beitrag haben wir uns business travel ja angeschaut und heute wollen wir eben urlaub urlaub sachen anschauen und wie man das mit dem co-pilot bzw co-pilot studio verbinden und nutzen kann wie habe ich das gemacht ich habe mir wieder so eine seite aufgebaut hier links seht ihr wieder den bot ja wo man fragen stellen kann und damit man ja nicht alles unbedingt tippen muss habe ich da auf der rechten seite so in der mitte gleich noch mal hervor hier zum beispiel so eine so eine frage reingemacht was sind die gesetzlichen feiertage zum beispiel in deutschland ja da habe ich dann eine api genutzt die frage wir darüber ab und dann habe ich dann noch gefragt okay wie viel urlaub haben mich überhaupt noch übrig weil da müsste ich ja vielleicht dann auch mal irgendwie schauen bevor ich den urlaub einreich und den urlaub einreichen das macht dann hier unten so eine app und da habe ich die genommen von resa ja vielleicht kennt ihr denn ich habe unten den youtube link da rein gebaut da habe ich einfach den seine app im prinzip genutzt ein bisschen angepasst aber wirklich nur minimal und dann entsprechend hier mit aufgeführt und das wollen wir uns jetzt mal anschauen wie das ganze funktioniert und dafür wechsel ich in mein demo system so wir sind jetzt hier wieder in meiner demo umgebung und heute haben wir gesagt schauen wir uns mal den urlaub entsprechend an und damit ich da jetzt nicht so viel tippen muss habe ich das jetzt mal hier so ein bisschen vorbereitet also ich kopiere das einfach nur hier rein und lassen wir jetzt dann die feiertage die gesetzlichen feiertage die bundesweit gelten für deutschland ausgeben im hintergrund läuft da wieder ein plug-in das einen flow ansteuert das schauen wir uns später noch an und ihr wisst ja aus den vorherigen beiträgen dass ihr das ganze auch in anderen sprachen entsprechend nutzen könnt ja also jetzt weiß ich schon mal die feiertag ja und jetzt müsste ich ja wissen wie viel urlaubstage habe ich übrig da habe ich auch hier so eine beispielfrage vorbereitet ja die ich jetzt eingeben kann und er wird mich nach einem namen fragen da kommt aber dann gleich so ein anderer text steht einfach nur wo das text ich erkläre gleich woher das kommt wenn ich mir jetzt mal david so und jetzt da geht er quasi wieder über dem flow auf eine sharepoint liste und schaut einfach nach wie viel urlaub der hat 27 so wird es da könnte sein okay jetzt habe ich urlaub ich weiß die feiertag jetzt gehen wir her und starten hier diese app ja und das ist jetzt das was ich in der powerpoint entsprechend auch verlinkt habe das ist das von resa ich könnte jetzt hier rein aber ich bin jetzt hier mit dem da mit dem system administrator eingeloggt also das wäre jetzt nicht so ideal deswegen wechsle ich mal in die sitzung vom david ja weil der soll ja sein urlaub eingeben das machen wir jetzt mal groß hier also er hat jetzt scheinbar schon urlaub eingereicht zweimal jetzt machen wir noch mal einen dritten so und dann sagt man hier david holiday 3 so und dann sagt man zum beispiel er braucht jetzt noch mal am 30 januar ein tag urlaub okay und dann sagt mit request so und jetzt geht das durch einen zweistufigen genehmigungsprozess den lasse ich jetzt nicht durchlaufen weil da müssen wir uns wieder hin und her einwählen im prinzip ist jetzt der eintrag schon auf der sharepoint ist gemacht und wenn ich jetzt zurückgehen mein arm in mein bord und fragt die gleiche frage dann sollte er ein tag weniger rausspucken mal schauen ob er das dann hinkriegt okay dann müssen wir das vielleicht noch mal starten hier also gehen wir hier drauf wo ist die number of holidays that i have left und fragt er mich wieder nach dem text beziehungsweise den namen so und jetzt ist hoffentlich ein tag weniger mal schauen ob er das richtige ausrechnet oder nicht und dann sollten wir das ergebnis bekommen also 26 tage das hat er jetzt quasi übrig okay gut also das war es jetzt soweit mit der demo jetzt würde ich sagen schauen wir uns mal kurz an wie das ganze mit dem setup funktioniert also dafür wechsle ich wieder in copilot studio ich bin hier schon in den topics und dieses mal habe ich für den urlaub zwei topics genommen einmal public holidays ihr seht da ist wieder ein flow dahinter und dass auch hier dieses dynamic training verwendet wird das heißt ich gebe jetzt nicht irgendwie vor was der zu fragen hat sondern der benutzer kann einfach eingeben was er will und das sehen wir jetzt dann gleich was für ein flow da angetriggert wird das sehen wir hier hrbot public holidays das ist der flow der dahinter steht hier habe ich natürlich wie immer eine beschreibung input muss ich mit geben was brauche ich da ich brauche das ja und ich brauche den zwei digit country code ja das verlangt die api und dann kriege ich halt hier so ein output jetzt gehen wir mal in den flow hier wie der im detail funktioniert das heißt hier wird übergeben das ja und der zwei digit country code ja dann wird hier eine seite aufgerufen open holiday api das ist diese seite ich mal kurz auf da gibt es für verschiedene länder eben die die urlaubstage die gesetzlichen feiertage da kann man auch so ein bisschen einschränken weil es gibt ja auch zum beispiel in deutschland zur lokale feiertage die zum beispiel nur in einem bundesland gibt danach habe ich hier gefiltert dann fasse ich das ein bisschen zusammen macht da quasi eine liste oder variable daraus und gibt das hier aus also das ist quasi der teil der mir die info gibt hey was sind denn die gesetzlichen feiertage so und dann geht es weiter dann habe ich ja gesagt okay wir haben jetzt auch noch die frage wie viel urlaub habe ich denn übrig so und dafür habe ich auch wieder hier so ein plug-in verwendet ja was muss ich da eingeben na ja den usernamen ja und das habe ich hier nicht gut beschrieben deswegen heißt es einfach nur in dem in dem spreche in dem text der zurückkommt vom bot bot ist der text ja das hätte ich hier besser machen müssen als hier einfach nur user name und das daher rein zu tragen ja und dann kriege ich eben als output hier den urlaub der zurück ist wie funktioniert das ganze da ist wieder ein flow dahinter den habe ich jetzt hier auch mal aufgemacht ja also hier remaining holidays da kommt der user name rein und dann nimmt er das von meiner sharepoint seite da habe ich eine liste mit den urlaubstagen gehen wir da drauf da steht zum beispiel bob oder fressen wir es erstmal damit wir die letzten daten auch haben und dann kommt hier irgendwo david holiday 2 ja dann gibt es hier verschiedene stati und da hinten gibt es dann ein feld wo die anzahl der tage ist ja zum beispiel ein tage zwei tage sieben tage und so weiter und das rechnet der flow dann aus der iteriert darüber zählt dann die tage zusammen und gibt dann den rest zurück also das ist im prinzip alles was jetzt hier in dem bot gemacht wird im prinzip sind zwei flows oder plugins mit denen wir verschiedene sachen abfragen können und das ganze wird halt sage ich mal intelligent gesteuert hier über diesen bot der im hintergrund die flow steuert bzw dann hier über diesen button der die andere app aufruft gut das war es dann schon wieder soweit für heute mit diesem urlaubsteil im nächsten beitrag schauen wir uns die anderen themen an aber das erkläre ich gleich noch in der powerpoint da gehen wir jetzt hin zurück und schließen den beitrag dann ab so jetzt auch hier nach dieser demo eine kurze zusammenfassung noch beziehungsweise wir betrachten uns was schauen wir im nächsten teil an und zwar schauen wir uns da an krankheit und arbeitszeit regelungen ja dann nutzen wir wieder eine sharepoint seite aber wir nutzen auch ein pdf dokument das ich in deutsch abgespeichert habe also dieses dokument ist deutsch befragen dagegen in englisch ja und betrachten uns dann diese zwei punkte entsprechend hier für heute aber war es das mal wieder vielen dank fürs zuschauen und zuhören und wie immer wenn es fragen gibt unten sind meine kontaktdaten dann dankeschön und bis zum nächsten mal